Ich bin eine Maschine. Das ist jetzt extrem kompliziert, was du da redest. Shampoo an Heinzelin. Nicht Shampoo, sondern Chapeau. Ehrlich gesagt, ich habe null Ahnung vom Französisch. It is what it is. Ich bin kein Mathematiker, ich bin ein Fußballer. Das ist ein komplett anderer Unterschied. Und ich will einfach alles geben und ich will natürlich immer gewinnen. Wenn man zum Nationalteam kommt, habe ich noch keinen einzigen Spieler gesehen, der mit keinem Lachen reinkommt. Außer, muss ich sagen, der Hinteräger. Der lacht nie. Das ist unbeschreiblich. Das ist ein super Gefühl. Ich habe nichts gesagt und werde auch nichts sagen. Ich habe mit dem Tor meine Antwort gegeben. Kein Kommentar. Let's go. Wer hat das jetzt gesagt mit Druck? Israel, Druck. Hast du jetzt gefragt wegen dem Druck in Israel? So eine Diskussion mit mir lieber nicht anfangen. So was macht mich keine Ahnung, sauer. Wut gibt es gar nicht. Wenn ich Wut habe, dann ist es gefährlich. 11,24. Dass ich auch wieder rein dürfte. Ich habe sie gebrochen. Das ist drittes Spiel. Ich weiß, dass unsere Freunde die Zeitungen jetzt schreiben werden, es ist vorbei und wir sind wieder im alten Schema zurück. So ist es nicht. Das könnt ihr schreiben von mir aus. Es ist nicht vorbei. Es wird weitergehen und wir werden alles dafür geben. Das sage ich euch, was ihr schreiben sollt. Ich hoffe natürlich, dass die Schlagzeilen weiterlaufen, aber halt positiv. Ich werde immer dabei sein, solange sie mich rufen. Auch wenn ich krank bin, ist kein Problem für mich. Im Großen und Ganzen war das ein sehr guter Leistung. Also ich denke, dass ich es nicht nur ich sehe. Fandest du es schlecht? Es war jetzt nicht gut. Gute Antwort. 300 Meter Zeige, entschuldige. Du machst mich hart. Ja, Bro. Wir sind sehr, sehr froh, dass er endlich mal wieder getroffen hat. Derjenige, der aus Österreicher ist, kann stolz sein auf das, dass er Österreicher ist. Das ist nicht deine Mannschaft, das ist meine Familie. Ich habe euch gesagt, einmal schon. Ich werde es nicht wiederholen. Einmal Maschinen.